Wir sind hier auf der S-277 Richtung Stützengrün, dort Verkehrsunfall mit einem Bus, einem Lienbus und einem Pkw. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt und hat die Erstversorgung übernommen und wir haben dann den Fahrer aus dem Fahrzeug befreit und dann ist er vom Rettungsdienst übernommen. Im Einsatz sind hier unsere drei Löschfahrzeuge, der Feuerwehr Schönheide und der Einsatzleitwagen. Untertitelung des ZDF, 2020